hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos ja in der letzten folge ist ja nicht so viel weitergegangen aber in dieser folge werden wir uns den dna extractor machen den dna extractor ja haben wir noch schon das war ja dna extractor und dafür brauchen wir so einige dinge zunächst einmal das hier dafür brauchen wir da ein diamanten das haben wir jetzt eon maß und ein lag jetzt form war okay 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 die analyzer zu die allen lage machen wir mal ein paar sollte reichen für den anfang dann dann brauchen wir dieses hier einmal dann wollen wir noch gold nuggets okay und nuggets aber auch mal ein paar genau dann wieder zurück zum dna extractor den haben wir hier den brauchen wir ja am anfang eh noch genau das hier auch mal ein paar da brauchen wir sicher noch mehr davon gut dann können wir mal den laser machen haben war ein laser und dann ab stopp das kann man auch schon machen jawohl es fehlt uns wirklich glas haben wir noch sind ja wohl sand haben wir noch dann machen wir uns schnell mal ein bisschen glas das hier auswechseln bei eigentlich nicht auswechseln das mache ich im ls metter das sollte es deutlich schneller gehen genau zack drei glas das sollte von anfang auch reichen so dann haben wir den dna extractor zack jawohl dann brauchen wir dieses hier noch was brauchen wir dafür was fehlt mir okay dann müssen wir kurz in den netter und kackteen habe ich ja gott sei dank da will ich mir auch eins anbauen bitte dazu bräuchte ich einen habe ich noch ein sand bitte über nein ich weiß doch geschmolzen toll egal den sand holen wir uns später egal ein kaktus kann ich wohl durch schmelzen lassen ist nicht so schlimm zack dann haben wir ein kaktus grün wir uns nur mit der quats den kann man auch ganz schnell holen aus dem netter gut gehen wir mal wieder in den netter hinein ganz schnell sollte nicht lange dauern den netter quats haben wir sicher gleich gefunden zack 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 das sollte echt schnell gehen so so nur kurz warten bis das ganze geladen ist und dann schauen wir weiter das sind wir auch schon angekommen jawohl und wo ist der nächste netter quats oder haben wir eine festung nice festung auf jeden fall wo ist ein enderman es ist ein enderman das ist ein enderman okay den klatschen wir schnell oder versuchen zumindest das wenn wir brauchen eine ender perle unbedingt steht 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 da hinten sind place okay da ist ein place von den bauen wird direkt mal ab dann können wir uns nicht da kriegen wir dann nämlich im brooks von der glaube ich wo uns von der genau so und schnell weg schnell weg 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 von hier weg von hier weg von hier okay da wollen wir schnell das netter quats ab wir haben jetzt auf jeden fall in brooks vorne den können wir dann reparieren und in der oberwelt platzieren aber jetzt gehen wir erst mal nach hause wissen jetzt zu hause überhaupt hier hier ist das netter portal zack ein bisschen quats haben wir das sollte auch schon reichen für unsere zwecke für das was wir jetzt vorhaben sollte es auf jeden fall reichen wir gehen schnell zurück die ladezeit müssen wir leider in kauf nehmen aber es geht ja leider nicht anders das sollte aber jetzt relativ fix gehen jawohl sind auch schon wieder zurück und wir können uns unser display fertig machen also ich glaube das ist ein display was wir da herstellen wollen ist es ja computer screen gut dann den dna extractor fertig machen das brauchen wir noch wieder sowas hier einmal dann brauchen wir den hier zwei mal und dann brauchen wir noch dass ich okay da fehlt was am button ja gut das geht ja ziemlich schnell und jetzt haben wir den dna extractor ihr wollt den stellen wir mal hier daneben stellen wir hier daneben und dafür brauchen wir jetzt gleich so disks schauen wir mal kurz die ist storage disks die brauchen wir okay die machen wir uns schnell storage disks diese hier zack eins zwei drei haben wir mal gut denn jetzt können wir die moskitos in emmel nehmen und hier reinlegen und diese storage disks drunter legen und jetzt sollte das eigentlich gehen jawohl und jetzt kommt dann dna oder irgend sowas raus also ziemlich gute dna kommt dann raus und da bin ich gespannt welche dna da rauskommt gut das ist cool dass das da so drin liegt ich finde das immer cool wenn es so ein bisschen animiert ist gut dann das ist ein broken place combine with a power spawner power spawner power spawner power spawner da power spawner ui der ist teuer okay den können wir definitiv nicht machen aber ein moment was wollte ich jetzt machen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen ja auch diesen killer das ist der killer joe oh ja killer joe attacks nearby creatures when supplied with a sword and train distillation okay den können wir uns sogar glaube ich schon machen das wird dann für unsere tierfarmen sein wenn wir uns zum beispiel skelettfarmen oder irgend sowas aufbauen wollen dann können wir damit auf jeden fall arbeiten so ich hole nochmal schnell wasser dann können wir das nachfüllen hoppla nicht die puppe anklicken sondern da das wasser danke so dann lege ich das hier nochmal in die klinik station hinein dass was das wasser ausgeht direkt nachgefüllt wird dann schauen wir mal was die uns zu bieten hat einiges ach ja die anzieht die legen wir hier ein und locken das ganze damit da auch schön neue allen dinger eingebaut werden so sieben von denen zwei von denen das heißt wir können uns auch wieder ein bisschen allen machen ihren jawoll 6 1 noch dazu gemacht die können wir auch mal rausnehmen und in unsere schmelz anlage reintun jawoll den place vorne können wir mal reingeben hier so dann schauen wir mal ist da schon was fertig veloceraptor haben wir bekommen eine 95 95 prozentige veloceraptor ding haben wir bekommen so jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch diesen combiner schätze ich mal dna combiner diesen brauchen wir da jetzt sicher noch dafür brauchen wir einen laser und dafür fehlt uns aber dieses hier haben wir noch mal vier davon jetzt brauchen wir wieder ein nugget schätze ich mal jawohl die machen wir uns schnell mal noch mal ein bisschen kann man noch mal ein stack machen jawohl die gehen uns jetzt ok 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 gut das brauchen wir wahrscheinlich gut dann brauchen wir so haben wir jetzt lese schon gemacht eigentlich lese dann habe ich nicht gemacht dna dinks da können wir die doch mal ein paar machen also habe ich ja schon oder ja von denen habe ich schon einige gemacht können wir die herstellen also habe ich alles klar ist die basics die brauche ich das wollte ich machen ein advanced dann brauche ich das hier den button brauche ich noch einmal bitte ein 1 buttern 1 beton zack dann oder brauchen wir zwei screens das wird habe ich wirklich was sind das sequencer haben wir den eigentlich im synthetische seise gehen gehen dna sequencer ui ok oder dna sequencer aber das ist wenn wir schon das ist soft ok 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 verstehe verstehe got it so was haben wir da wir zerraten 45 prozent ok wir brauchen jetzt den combiner damit wir das kombinieren können so da kommt direkt noch eins raus denke ich ein trezeratops haben wir noch bekommen sehr gut naja dann haben wir eigentlich relativ viel weiter gebracht in der folge haben uns den dna extractor hergestellt und haben schon die ersten dna damit extrahiert dann war es das auch schon für diese folge lasst gerne ein like da wenn es euch gefallen hat lasst gerne auch ein abo da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und in diesem sinne macht es gut bis dann und ciao bis dann bis dann bis dann bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017